Neben mir steht Christian. Christian, du hast eben gemeinsam mit Sonja eine Session gestaltet, die hieß Reiten auf einem toten Pferd. Worum ging es? Es geht um das Thema Regionalzeitungen. Das heißt, dass wir im Moment in der Branche nicht ganz genau wissen, wie es sich in Zukunft mit den Regionalzeitungen verhält. Wir beide sind bei einer Regionalzeitung beschäftigt und haben genau diese Aufgabe, Zukunft in irgendeiner Form zu bewältigen. Und es geht um Online, habe ich in der Session erfahren und ihr seid schon ganz schön weit. Welche Erfahrungen habt ihr bisher so gemacht mit Online-Ausgabe von Regionalzeitungen? Sehr gute. Also ich komme eigentlich aus dem Printjournalismus und habe mich dann irgendwann auf Online spezialisiert und halte das für ein sehr, sehr spannendes Arbeitsfeld, was eine große Herausforderung ist. Ihr habt eben so ein bisschen dargestellt, dass gerade die Zeitungsredakteure sich so ein bisschen schwer tun, Online-Content bereitzustellen. Wo liegt da die große Schwierigkeit? Ich glaube, es ist eine Frage der Herausforderung. Wenn ich 20, 30, zuweilen 40 Jahre eigentlich nichts anderes getan habe, als ein bestimmtes Zeitungsformat zu füllen, dann bin ich vielleicht von diesem Format irgendwann auch geprägt. Es liegt ein bisschen darin, Neugier zu wecken, vielleicht mal ein anderes Format füllen zu wollen. Und da haben Sonja und ich insofern den ganz großen Vorteil, dass wir in diesem Internet unglaublich viel Platz haben. Oh ja. Und ihr seid im Moment aber auf der Suche nach Modellen, wie das weitergehen könnte. Und ich fand es sehr erfrischend eben, dass ihr gesagt habt, wir sind da gut unterwegs, aber wo das hinführen wird, wissen wir noch nicht so richtig. Was ist so die wahrscheinlichste Form so in zwei Jahren? Wie viele Online-Beiträge und wie viele Print-Beiträge wird es geben? So als Verhältnis, was schätzt ihr? Schwierige Frage. Also ich glaube, die Zeitung wird es auf jeden Fall weiterhin geben und sollte es auch weiterhin geben. Sie wird aber durch Online ergänzt werden, beziehungsweise vielleicht ergänzt auch irgendwann Print-Online, also andersrum. Ja, ein Verhältnis anzugeben würde mir da jetzt schwerfallen. Was seht ihr als den großen Vorteil von Online? Du sagtest eben, das Internet ist riesig groß, man kann da alles Mögliche noch unterbringen. Was ist Online so viel besser als Print? Wir haben natürlich die Möglichkeit, Geschichten anders zu erzählen. Und das hängt schon daran, dass wir innerhalb einer Geschichte Video einbetten können, dass wir Audio einbetten können. Und gleichzeitig, und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, den die Zeitung in dieser Form nie bieten kann, ist, dass wir gleichzeitig auch einen Dialog bieten können. Das heißt, unter jedem Beitrag oder auf anderen Kanälen können wir mit Nutzern in Echtzeit in Dialog treten und vielleicht einfach dann noch die Themen, die wir gemeinsam, vielleicht auch journalistisch erarbeitet haben, dort noch einmal vertiefen können. Denn es gibt ja unglaublich viele gute Experten da draußen. Wer, wenn nicht eine Zeitung oder ein Medium, kann mit diesen zusammen diskutieren, worum dann wiederum für andere Nutzer ein immenser Mehrwert entstehen kann. Das bringt mich gerade auf die Idee, in Unternehmen reden wir von Wissensmanagement, also sichtbar machen, wo welche Experten sind. Vielleicht kann ja so eine Regionalzeitung da auch mithelfen. Sichtbar machen, wo sind in der Region welche Experten. Und das online sogar dauerhaft. Eine Zeitung ist nach einem Tag veraltet und man hat sie auch gar nicht mehr. Aber online steht es ja dauernd da. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg und schönen Dank für dieses Interview. Danke euch. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.